Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zur nächsten News-Ausgabe auf Faust der Hocke. Mein Name ist Philipp und bevor wir mit den Themen der letzten Woche starten, möchte ich mich bei euch noch recht herzlich bedanken, denn durch euren Support konnten wir auf Facebook die 700 Likes durchbrechen und befinden uns nun auf dem Weg Richtung 800. Was ich als nächstes in den Angriff nehmen möchte mit euch zusammen sind die 250 YouTube-Abonnenten und solltest du noch kein Abonnent sein, so lass mir doch ein kostenloses Abo da und verpasse kein Video mehr. Genug dieser Worte, schauen wir nun also auf eishockeyonline.at vorbei, wo ihr auch diese Woche wieder im News-Center die neuesten Informationen zu den Vorbereitungsspielen bekommt. Bleiben wir auch direkt in der Vorbereitung, denn in Kitzbühel hat das Red Bull Salute 2019 stattgefunden, mit den Teams aus München und Salzburg sowie IFK Helsinki und den Malmö Redhawks. Die Münchner konnten sich dabei dann gegen die Teams aus Schweden und Finnland durchsetzen und sich den Turnier sichern. Die Frage, die sich mir dabei auftut ist, warum findet das Turnier nicht in München oder Salzburg statt, sondern in Kitzbühel? Könnte es möglich sein, dass man den dort ansässigen Verein, der ja in der Alps Hockey League spielt, finanziell unterstützen wollte? Eure Meinung gerne, bitte in die Kommentare. Bleiben wir also noch schnell bei Red Bull, denn die Hockey Juniors konnten sich beim Sirius Junior Club World Cup 2019 in ihrem Auftaktspiel mit 6 zu 1 gegen den HC Ocelari Trinec durchsetzen. Wenn wir schon beim Nachwuchs sind, dann blicken wir zur U20 und U16 Österreichs, die die letzten Tage bei internationalen Turnieren im Einsatz waren. Für die U20 gab es drei Niederlagen gegen Teams aus Schweden, Norwegen und Lettland und die U16 konnte sich nach zwei Niederlagen zum Abschluss noch mit 5 zu 2 gegen Deutschland durchsetzen. Das Spiel der Grazleinti Niners gegen die Stavanger Eulers aus Norwegen musste nach dem ersten Drittel beim Stand von 3 zu 1 abgebrochen werden. Der Grund dafür war ein großes Loch im Torhüterbereich, welches einfach keinen weiteren regulären Spielbetrieb zugelassen hätte. Die Vienna Capitals hatten die Eisbären aus Berlin zu Gast und konnten diese in der heimischen Erste Bank Arena mit 8 zu 3 besiegen. Bedenkt man dabei, dass die Eisbären in circa einem Monat gegen die NHL-Mannschaft der Chicago Blackhawks antreten werden, bedarf es bei den Eisbären einer starken Leistungssteigerung. By the way, die Frage an euch, wer wird dort mit dabei sein? Ich bin auf jeden Fall vor Ort und werde auch nach Prag fahren zum Spiel der Chicago Blackhawks gegen die Philadelphia Flyers. Die Capitals haben sich nach dem Abgang von CJ Stretch mit dem Amerikaner Mike Zalewski verstärkt, der von den Kölner Heim kommt. Mike Zalewski bringt laut Elite Prospects die Qualitäten mit, um ein Führungsspieler zu werden und sollte er auch an die punktemäßige Ausbeute seiner ersten DL-Saison bei den Straubing Tigers anknüpfen können, so wird er definitiv eine Verstärkung sein. Mit Lukas Piff haben die Vienna Capitals nun einen 18-jährigen Wiener mit einem Jungprofi-Vertrag ausgestattet und dieser wird diese Saison für die zweite Mannschaft in der Alps-Hockey League zum Einsatz kommen, um noch mehr Spielpraxis zu sammeln und um sich weiter entwickeln zu können. Beim Villacher SV hat man sich dazu entschieden, den weißrussischen Stürmer Danila Karaban nicht weiter zu verpflichten, da er die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ich hatte generell von Anfang an schon so ein Gefühl, als man den Spieler verpflichtet hat, dass er nicht die ganze Saison in der E-Bail zu sehen sein wird. Das ist nun so früh schon passiert, hat mich doch etwas verwundert, aber ist natürlich kein schlechter Schachzug der Villacher, da die Saison noch nicht begonnen hat und dies nicht unter einen Legionärstausch fällt. Die Villacher befinden sich dadurch aber auch aktuell wieder auf Stürmersuche. Blicken wir nun weiter nach Klagenfurt, denn auch dort hat sich wieder einiges getan. Für das Alps-Hockey League Team hat man sich mit Kevin Schabbat verpflichtet, der letzte Saison schon zehn Spiele für den VSV gemacht hat, dabei zwei Assists sammeln konnte. Und nun soll der Spieler, der von den Wiener Capitals ausgeliehen wurde, für die Rotjagden in der zweiten Liga auf Punktejagd gehen und sich dort weiterentwickeln. Offiziell bestätigt wurde nun auch der neue Kapitän des KAC und dies ist David Fischer. Er hat ja letzte Saison das Amt ja quasi interimsmäßig übernommen und wird es nun weiter ausführen. Sein erster Assistent ist Rückkehrer Manuel Garnal und der zweite Assistent wird nun mit der Zeit noch vom Betreuerstab definiert. Ja Freunde und nun für euch die Chance, wenn ihr in einem Eishockeyverein arbeiten wollt. Der KAC hat derzeit aktuell eine Stelle offen im Management. Es handelt sich dabei um eine Stelle mit zehn bis zwölf Wochenstunden. Und sollte das für dich interessant sein, schau bitte jetzt gleich direkt in die Videobeschreibung, denn dort habe ich das nochmals verlinkt, inklusive der E-Mail-Adresse, an welche du deine Bewerbung schicken kannst. Mitch Wall, welcher ja letzte Saison mit dem KAC den Meistertitel holen konnte, verabschiedet sich nun aus der Erste Bank Eishockey-Liga und heuert in der Slowakei an und wird diese Saison für den HC Banska Bistrika auf Punktejagd gehen. Ebenfalls einen neuen Arbeitgeber gefunden hat Aaron Berischer bei den Adlern in Zneumo. Aaron konnte in der Vergangenheit mit den London Knights auch schon den Memorial Cup gewinnen und hat auch seine ersten Profispiele in der East Coast Hockey League hinter sich gebracht. Danach ging es nochmal an die St. Marys Universität, wo er in 73 Spielen 64 Punkte erzielen konnte, was er auch die Tschechen hoffen lässt, sodass er die Punkte ausbeute in der EPL beibeheckt. Wie jede Woche blicken wir auch nach Bozen, denn die Füchse konnten nach Siegen über die Kölner Haie und den ERC Ingolstadt den diesjährigen Winschgau Cup für sich entscheiden. Ab dieser Woche Freitag gibt es dann in Bozen das Südtirol Summer Classic, bei dem auch Jaromir Jager dieses Jahr mit seinem Team vor Ort sein wird. Bleiben wir gerade nochmal beim HC Bozen, denn der ehemalige Verteidiger Markus Nordlund hat nun seine Karriere offiziell beendet. Nordlund kam ja zur letzten Saison von den Pinguinen aus Krefeld und konnte für die Füchse in der EPL 9 Tore erzielen und 18 weitere Tore vorlegen. Jonathan Furland, ein Spieler, der neun Jahre lang die EPL bereicherte und Kapitän für Villach und die Wiener Capitals war, wechselt nun nach Hause, nach Kanada und wird für St. George auf Punktejagd gehen. Bei der VU-Faker hat nun Patrick Ratz einen Tryout-Vertrag unterschrieben. Patrick Ratz ist ja in Vaker kein Unbekannter, so trug er ja schon vier Saisonen lang das Dress der Montfortstädter und muss sich nun über das Tryout unter dem neuen Trainer auch neu beweisen. Der EHC Lustnau erweitert nochmal seinen Kader und holt mit Elias Valenta einen heimischen Spieler nach Hause. Der mittlerweile 20-jährige Hohenemser durchlief den kompletten Nachwuchs des EHC Lustnau und verbrachte die letzten fünf Jahre im System der Red Bulls von Salzburg. Einen weiteren Heimkehrer gibt es bei Cortina, denn mit Martino Valedarin kehrt der Torhüter nach Hause zurück. Dieser spielte ja bekanntlich letzte Saison bei den Mailändern, die ja diese Saison nicht mehr mit dabei sind und somit hüttete er nun wieder das Tor seines Heimatvereines. Wie man gut erkennen kann, es war die Woche der Heimkehrer, denn auch beim SC Hohenems gibt es mit Stefan Spahnring ein altes, bekanntes Gesicht wiederzusehen. Stefan wird nicht nur für die Mannschaft, die er in der Tiroler Liga spielen wird, tätig sein, nein, er wird auch im Nachwuchs unterstützen und seine Erfahrung von über 300 Zweitligaspielen in Österreich und von seinen zahlreichen Einsätzen in der Schweiz mit einbringen. Werfen wir nun noch einen Blick auf das internationale Geschehen im Eishockey, denn es gab nun ein Hammerurteil vom Internationalen Eishockeyverband gegen den Stürmerstar der Washington Capitals, Yevgeny Kuznetsov. Dieser wurde ja bei der letzten Eishockey-WM positiv auf Kokain getestet und darf nun die nächsten vier Jahre nicht mehr für Russland antreten. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass er die Olympischen Spiele 2022 in Peking verpassen wird. Ja Freunde, das war es wieder von den Hockey-News für diese Woche bzw. der letzten Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, so lass mir einen Daumen nach oben da, abonnier kostenlos den Channel, aktivier die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.